Sega Da haben wir jetzt wieder ein neues Let's Show für euch, diesmal Tempo The Bad Ass Elephant Und ja, wir legen sofort los, spielen, neues Spiel das Ganze, bin gespannt, was auf uns zukommt Ach du Scheiße Los, das Militär Kaboom Seine Ideen sind ganz gut, glaube ich Nichts mit Benjamin Blümchen Und da sind wir auch schon Tempo The Bad Ass Elephant Wir können sogar noch ein bisschen hüpfen Oh, fangen wir es mal aus Joystick Boah Und weiter geht's Was haben wir denn hier? Boah Bam, 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 bam Da muss ich wirklich einfach durchrennen, ne? Da geht es super Und ein Kinnhaken Zack Und nach oben, bam Tempo The Bad Ass Elephant So Boah Macht echt Spaß, ey, muss ich jetzt mal sagen Wir nehmen alle Punkte mit hier Noch da noch Übungs Boah Habt ihr das gesehen, wie geil So Okay, wir einfach mal ganz letztlich da so lang wollt Ups, wir müssen nochmal hier So Oh, hat nicht ganz geklappt Noch mal hoch hier Und weiter geht's Bam Boah Bam, bam Oh Okay Dann löschen wir hier mal alles Oh Gut gemacht, Soldat Ausbildung abgeschlossen Mission erfüllt Ja Nicht schlecht Jetzt müssen wir uns verabschieden Zehn Vögel bringen uns jetzt nach Hause Oder zu unserem Einsatzgebiet Die Tempo Abwurfzone Die Tempo Abwurfzone Kavarn Na dann Eine Erdnusszentrale So Du kannst hier Du kannst hier über die Schlachtfeldkarte auf eine Absicht zugreifen Alles wird Sinn machen, wenn du erst einmal anfängst Viel Glück Okay Also Zivilisten sind zweitrangig Von da Schlacht von Shell City Und wir legen los Da sind wir auch schon Los geht's Lasst mich das machen Müssen alle Erdnüsse mitnehmen Die sind alle schön salutieren Na ihr müsst auch salutieren Sonst gibt's Ärger Los geht's Was ist hier los Da will ich durch Und das ist die Posse hier Niemals Weg mit euch Haha Badass Elephant Weg mit denen Wow Und weiter geht's Zack 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 Oh da komme ich nicht durch Jetzt Ach Mist Haben wir sogar schon ein paar Zivilisten gerettet So Und du auch noch weg Unsere Lebensanzeige sieht nicht so gut aus Dann füllen wir die nochmal auf Und weiter geht's Oh Ah da habe ich die große Erdnuss verpasst Das ist immer nochmal Nochmal Hier drauf und dann Ah Mist Wer hätte das ahnen können Wir müssen hier runter Bam Geheimbasis hier unten Sie unterwandern alles Okay Oh Habt ihr das gesehen Wie sie mich einfach angegriffen haben Kammern Weiter geht's Oh Da komme ich nicht durch Sehr schön Wer hat das hier aufgestellt Und jetzt schnell Ah nein Ich muss noch da hoch So Und wir haben ein Zivilisten sogar noch vergessen Mist Ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm Wie viel haben wir da drauf Vier haben wir sitzen Da müssen wir aufpassen Wenn du es nicht kommen sehen Dürfst du eigentlich gehen Oh jetzt schnell hier durch Bam 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 Wir müssen hier hoch Wir müssen hier hoch Und eine Bombe rein mit dir Ha 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 Yeah Und weiter geht's Einfach durch rennen Und runter Bam Da fehlt eine Erdnuss Da bin ich Penivo Sehr gut Guckt euch an Bam Und Tür auf Oh oh Okay jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen Ein bisschen Energie wieder Und runter Nein Schnell die Energie holen Von hinten Bam So weiter geht's Und macht's gut Ihr da oben Patschum Oh yeah Mission erfüllt Ein sehr gutes Spiel muss ich sagen Also Kann ich nur weiter empfehlen Und nächste Runde So Phantom Express Na dann Los geht's Los Wir haben nicht ewig Zeit Alles zerstören Und jetzt wegschießen Laden Feuer Und einfach durchsmaschen Oh nein Das sind ja welche Hoch Bam Bam Alles wegmachen Alles weg Und da muss ich in den ersten Menschen Glück gehabt Tschüss Haha Sehr gut War da einfach Wurzelt Das gesehen Jetzt muss ich aufpassen Abkürzung Das war nicht so gut Jetzt Mal ganz lässig Mal ganz lässig drauf gehüpft Sehr gut Hopp Und Nach unten Bam Und hier durchsmaschen So Kaputt Kaputt alles Unser Gigi Füllt Wir müssen wirklich aufpassen Ein bisschen Ich sehe gar nichts So Leben haben wir wieder Oh Wow Schnell ich muss hier hoch Laden Und Feuer Boah So Haben wir den gekriegt jetzt Und den auch noch Den Menschen Weg mit dir Zack Sehr gut Oh Da gab es auch was Schade Das haben wir gar nicht gesehen Habt Das war jetzt nicht so schön Oh nein Ich bin aber auch genau Reingelübt Schade Er hat das Boot auch ein bisschen Nehmen Peanut Butter Und weiter geht's Wo waren ich den Gefliegen hier Und rein hier So Können wir nicht eigentlich auch Komplett da schon lang gehen Wow 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 So So Hier hoch Da komme ich nicht hin Die nehmen wir noch mit Die gehen hier hoch Ist ja einfach abgehauen gerade Ist ja geil Aber man kann hier wirklich Nähere Wege auch gehen Das müsste man sich ja vielleicht mal merken Oh 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 Wie komme ich denn hin Wie komme ich denn hinter den am besten Ah Mist Ah Mist Oh nein Habt ihr das gesehen Also der war jetzt schon nicht Nicht übel der Typ Komm Elefant Peanut Butter rein im Mund Und los geht's Gut Wir könnten ja auch den Weg lang gehen Da muss ich jetzt nicht da unten Wir nehmen wir ganz noch das Teil Wo es dahin geht Sehr gut Ach das war jetzt nicht hinten gewesen Und jetzt kommen wir wieder Ein Level vor Denke ich mal Okay Er ist einfach so runter Sehr gut Okay wir müssen noch gegen den Typen kämpfen Dann legen wir mal los Brauchen noch ein bisschen mehr Erdnussbutter Mehr Erdnussbutter Wir warten einfach bis der hochhüpft Und dann rennen wir durch Bam Bam Sehr gut Ist schon kaputt Ich erinnere nicht ganz Aber wir haben uns auch ganz schön jetzt Bam Yeah ist kaputt Juhu Wir sind die Besten Und weiter geht's Rein in die Bombe Ja Ins Geschoss Chuck Weg Und nur noch durchrennen Wir haben's geschafft Mission erfüllt Zwei haben wir leider nicht retten können Aber das ist ja auch Nebensächlich Sehr gut Sind das Phantompunkte bestimmt Ich brauche 600 um das letzte Auf ins Inferno Um das letzte Zu öffnen Das schaffen wir Na dann Da sind wir Und los geht's Das ist natürlich was Neues Oh Oh Er hat mal weggeschubt den Typen Aber so muss es sein So nicht anders Haha Schön langsam machen Wir haben Zeit Bam Oh Oh Ein großer Ball für uns So ist es gut Und nochmal nach oben Das Teil Sehr gut War es voll Wir laufen weiter Wow Hat uns aber Gut Und gehen wir uns am besten hin So Hier hoch Ah da wird man Ich will noch hier Auf den retten Sehe ich gerade Ah spinnt der wo Mist jetzt kann ich Die eine Person Da unten nicht retten Wir laden das Wasser Nochmal auf So Und rein in die Kanone Kaching Es gibt ja echt Verschiedene Wege Die man gehen kann Was macht denn der Idiot Oh Was sind das für Wege Ey Guck dir das mal an So Hier komme ich nicht weiter Ich muss auch nicht weiter Also muss ich hier rüber Ah nein Wir sind gefallen Hm Aber wir haben noch Erdnussbruder genug Also rein damit Batsching So Das ist nochmal Das ganze So Hier hoch Hey nicht doch Wurstet euch Den lass mal Wo den Typen Upsala Können wir das nochmal nach oben Schießen Wo ist der Typ Haben wir den noch Jetzt Nein Lief doch ganz gut Einigermaßen Aber wir haben noch Keinen einzigen Menschen Gerettet Wir müssen da hoch Wir müssen da hoch Ich will eigentlich den Menschen Gut Ein Hammer Hilfe Nochmal da dran Und zack Oh nein Das war falsch Das finde ich ja ziemlich lustig Muss ich sagen Und hier müssen wir durch Ja Hoch Das ist gut zu wissen Da hinten Da hinten ist schon irgendein Roboter Und runter hier Bam 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 Ich füllen wir nochmal auf Und los geht's Los Oh Wir haben echt kaum einen Gerettet Einen einzigen nur Schade Oh oh Da haben wir aber Einige von Vergessen Einige vergessen Wie viele Punkte hatten wir Ich glaube das reicht nicht Wir müssten jetzt nochmal irgendwo reinkommen Wir gehen nochmal rein Das Level In den Sferno Und uns holen wir noch ein paar Punkte Los geht's War Wie viele Leute hier noch sind Wenn ich jetzt mal hier runtergehe Könnte ich das hier auch machen Mal einen anderen Weg nehmen Ah Und eine riesen Erdnuss Bam Gehen wir doch mal hier unten lang Oh Einmal mal dagegen geklatscht Sehr gut So muss es sein So dann gehen wir hier hoch So wir brauchen mehr Punkte Viel mehr Punkte So drei Punkte Na Wir dürfen die nicht aufpassen Und jetzt hier hoch Und bap Mir ging nicht so Nochmal das ganze Nein Nein ich brauche nicht doch mehr Nein ich brauche nicht doch mehr So Da gehen wir nicht lang Den holen wir uns schon noch Ah das ist ja ein Faking So Und sind auch geholt Und den noch Und weiter geht's Ah man Einiges Einige Wege haben wir doch schon Zack Das war doch noch einer gell Ne war nicht Mist 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 Das wollte ich doch nicht Mann 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 Nein los Peanut Butter Let's go Halt Jetzt ist ich typisch wieder da Für die gibt's gar keine Punkte mehr Den Typen mitnehmen So Jetzt Ich laufe aber auch genau In den Typen rein Das ist ja Unfassbar Halt die erste Sprache noch mitnehmen Gut gebrauchen Zack Hier hoch Und hoch 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 Und weg Durch Wasser auffüllen Wo Ah nein Okay gut Ich würde sagen Jetzt bin ich gerade so hier im Stress drin Also es ist auch nur eine Letzt Show Von daher Geh mal zurück Ich gebe auf Tut mir leid Ich gebe auf Ich gebe auf Und ja Das war's Für dieses Letzt Show Weiter zurück Ach komm Dann gehen wir noch ganz zum Bildschirm zurück Ich habe heute so guten Tag Ja Ein schönes Spiel muss ich sagen Tempo The Badass Elephant Ich kann es euch nur empfehlen Ein schönes Spiel Zwischendurch immer wieder was von Sega Und ja Das war's bis dahin Bis zum nächsten Mal Bis nächsten Sonntag Nicht vergessen wieder einschalten Da gibt es auch ein neues Letzt Show Ansonsten Schaut einfach mal rum Es gibt noch einige Projekte auch von uns Bis dahin Ciao Das war's bis zum nächsten Mal Ansonsten Na Tschüss